hallöchen freunden herzlich willkommen zur folge 63 in faktorio ich kann nach langer abstinenz mal wieder aufnehmen ich habe jetzt fast zwei wochen nicht aufgenommen was daran lag dass mir die weißheit szene entnommen wurden zumindest zwei von drei die raus sollen also einer wird irgendwann noch kommen ich freue mich jetzt schon ich habe in der zwischenzeit wo ich nicht aufnehmen konnte mal wieder ein bisschen weiter gemacht ja also nach folge 62 ist dann wieder ein bisschen was passiert und was das werde ich euch jetzt zeigen denn wir haben ja letzte folge festgestellt dass wir eisenmangel haben und wir haben jetzt festgestellt dass wir keinen mehr haben denn es kommt eisen an aber auch nur so semi gut weil ich ein eisenfeld mir besorgt habe und zwar dieses hier was ganze 6,8 millionen fast was noch ein bisschen mehr hatte aber schon einiges in die puffer gelaufen ist ich habe nur leider mit dem bau einen direkten zug stau verursacht den es jetzt gilt mit etwaigen signalen oder ähnliches zu lösen ich werde mal schauen ob ich das hinbekomme ich glaube aber ich weiß schon woran es liegen könnte wir werden mal dahin flitzen und ich werde mal gucken ob ich das hinkriege nebenbei werfen wir hier noch irgendeine forschung an dann schauen wir mal was wir können eigentlich mit dem zug fahren wir fahren mit dem zug was habe ich sonst so gemacht glaube ich habe hier noch ein bisschen dran rum gebastelt weil das hier nicht mehr ordentlich lief weil hier alles voll war und die flares fire flare sticks oder wie die dinge heißen nicht hinterher kam so hier und da so ein bisschen rum gebastelt aber da werden wir mit sicherheit noch mehr finden ich werde es dann immer zwischendrin erzählen was ich gemacht habe wenn es mir wieder einfällt so jetzt ist natürlich hier ein problem aber welches so der hier möchte in den bahnhof fahren der kann nicht fahren weil dieser strecken abschnitt gesperrt ist weil das ist jetzt die frage der hier aha der steht hier der kann ich weiter weil der hier steht weil der hier steht ist dieser abschnitt gesperrt dadurch steht der hier und weil der hier steht sich aber schon diesen reserviert hat steht der hier bedeutet wenn ich jetzt hier ein zug signal hinsetze hier müsste eigentlich alles von alleine wieder laufen das heißt der kann fahren danach kann der fahren und dann kann der wieder fahren ja hör mal wenn alles immer so einfach wäre da schön also irgendwann steigt man dann doch dahinter wie die ganze materie dann doch so funktioniert was ich nur immer noch nicht kapiert habe und ich glaube das werde ich auch in meiner kompletten faktor kallehre keine werde ich das auch nicht mehr lernen es gibt doch diese gibt sie überhaupt noch oder habe ich die noch nicht geforscht gab es nicht mal diese kettensignale oder bin ich bescheuert bremskraft 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 eisenbahn automatisierter schienenverkehr zugsignale ach das sind die die haben ein anderes design bekommen ja genau äh liest das nicht so ein bisschen kontrolle über züge zu ermöglichen ähm ja ne aber ich werde das mein lebtag nicht verstehen deswegen lassen wir das besser so ähm ja es wird immer noch fleißig auf meinen tod gewettet äh zumindestens noch auf meinen faktorio tot und ich glaube ich glaube der bademeister hatte folge 64 gesagt ich bin mir nicht mehr sicher ich bin mir nicht mehr sicher das würde allerdings bedeuten dass ich nur noch zwei folgen lebe ich habe es tatsächlich jetzt bis folge 63 gelaufen nicht einmal vom zug überfahren zu werden noch oder wurde ich schon mal ne ich wurde noch nicht überfahren ähm noch nicht mal zwischen den aufnahmen ja wo ich so ein bisschen rumgebastelt habe es war einmal sehr sehr knapp sehr sehr knapp da hatte ich glaube ich dieses feld hier angeschlossen und bin hier einfach so ich laufe hier mal runter und dann war ich glaube ich genau hier da kam der zug so angeballert wie gerade also es war war sehr hart an der grenze sehr hart an der grenze also jetzt wollen wir noch mal kurz gucken ich kann mich nur in einen kommentar entsinnen und zwar hieß es ich soll die produktivitäts module in die modul produktion stecken allerdings hier gibt es ja glaube ich ein problem weil module kann man nicht mit module mit modulen pimpen soviel ich weiß ich glaube irgendwas war dann ja es funktioniert nicht produktivitäts können nur inzwischen produkte verwendet werden das einzige was wir hier natürlich machen können geschwindigkeit klar allerdings wofür könnten höchstens sagen wir machen hier ist echt genug von da wenn dann müssten wir die hier warum läuft der nicht der läuft nicht weil ihm die grünen dinger fehlen weil hier irgendwas schief gelaufen ist oh wow noch irgendwas für ein arsch hier da ist noch irgendwie was verquer drauf ahja jetzt scheint es ordentlich zu laufen das war wahrscheinlich wo ich hier umgebastelt habe da habe ich das irgendwie verkackt so kriegen wir die nicht rein sind echt voll ich habe mir auch überlegt ich will das jetzt nicht immer von den robys abholen lassen weil die hauen mir da die lagerkisten mit voll und dann habe ich den scheiß die ganze zeit nur rumschleppen ist auch blöd wir könnten eigentlich echt die hier die hier pimpen weil die echt lahm sind ne weil die auch nicht schneller sind ja ne 200 stück und dann geben wir ihm jetzt mal richtig hier so scheiß auf energie und scheiß auf umwelt und scheiß auf alles ich wette gleich kackt uns der strom ab das wäre echt cool der ist schon ewig nicht mehr abgekackt ne aber wir sind immer noch ich würde mal so behaupten wir geistern so bei 55% rum bei 55% kapazit kapazit ne und selbst wenn die lasertürme schießen und das machen sie gerade sieht man hier an den roten dann schießen die mal jetzt schießen die nicht mehr sind wir echt noch gut gut dabei ne hm und wir können glaube ich sogar schon die Dreier Turbinen bauen war da was ähm wir können doch nicht mal die Einser bauen weil ich sie nicht finde doch da Windturbine 3 ja können wir bauen kein Problem so ich muss aber mal gerade Verzeihung einen Schluck trinken ich habe einen sehr trockenen Hals das ist nicht cool aber ich kann es nicht also wir haben ja hier schon die Produktivität drinnen das heißt wir forschen eigentlich schon mit ähm plus 75% ja also es ist schon was die Modul Forschung angeht zumindestens besser was wir echt noch machen könnten wäre warte mal habe ich doch auch schon gemacht ne habe ich das zwischen den Folgen gemacht ich weiß es nicht äh in den normalen Forschungslaboren da habe ich auch schon Module reingeschmissen ja wohl habe ich Labor 1 Labor 2 Labor 1 und Labor 2 wir haben hier überall Labor 1 wenn ich die jetzt mal upgrade dann müsste ich doch eigentlich ähm ich will mal gerade gucken ob die schneller sind aber normal sind müssten die doch schneller sein vor allem ich kann glaube ich mehr Module reinstecken als nur zwei ne ich meine wir haben jetzt schon 50% Produktivität mehr das heißt wir halten quasi 50% mehr Labore wie viel haben wir überhaupt 20, 25, 30, 34 Stück so was haben wir hier Nitinolplatten wow was alles gibt so da ist das Labor ich will mal kurz gucken so das hat eine Geschwindigkeit plus 140% jetzt frage ich mich gerade ist das plus 140 oder sind das insgesamt 140 weil ach der hat auch 140 Geschwindigkeit plus 140 Geschwindigkeit plus 140 warte mal ich baue das mal hier so probehalber hin so ja gut wir haben den vor ne wir können auch hier die weißen Wissenschaftspakete rein machen hm naja wir haben halt mehr Plätze für Module ne so jetzt forschen mal vergleichen die Geschwindigkeit dumm und die Geschwindigkeit dann sehe ich einen deutlichen Unterschied muss ich schon sagen deswegen werden wir das Ding jetzt mal upgraden ich glaube das macht Sinn so wir holen uns mal hier so eine Handvoll lila äh Greifarmen weil die brauchen wir dafür so jetzt frage ich mich warum achso wo ist es denn da Labor 2 Labor 2 Labor 2 ich meine klar die brauchen Labore zum haben wir jetzt echt zu viel Holz Holz wir machen mal 5 Stück ich will diese grundlegende das ist das was es immer aber ei 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 so jetzt brauchen wir 5 gelbe Fließbänder ernsthaft warum na egal so was forschen als nächstes wir können auch mal hier die Schachtelung forschen aber es ist es dauert zu ewig das dauert zu lange warum kommt das ins stocken kommt das ins stocken wenn die da was rausnehmen ja ne aber auch nur kurz immer oder wo habe ich meine Module da so wir müssen noch so viel forschen dann gucken wir erstmal ähm gucken ob das jetzt hier unten ich gehe mal ganz ganz schwer davon aus dass hier jetzt irgendwas abkacken wird wahrscheinlich hier diese Produkte oder ne dadurch dass sie jetzt schneller sind die arbeiten jetzt gar nicht mehr weil weil den 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 ach ne die sind voll sind die alle voll die sind voll und die hier die lagern sich auch und die hier die arbeiten aber ok ok so labor 2 so jetzt kann ich wieder 5 bauen dann bau ich jetzt immer nur die 5 die ich ähm ja genau die meine ich damit ich nicht zu viel habe ich noch eins. Okay. Cool. Umspannwerk. Hier kacken auch irgendwie die Fläschchen so langsam ab. Das ist, weil die zu lahm sind. Weil wir hier ruhig auch mal umsteigen könnten. Und das auch zu lahm ist. Und dann liegt es an den Fließbändern. Die haben ein paar Granaten weggenommen. Ja, die sind halt... Können wir hier auch Produktivität reinklocken? Nö. Aber hier. Ja. Da auf jeden Fall. Und hier können wir theoretisch Geschwindigkeit reinhauen. Und hier können wir die hinmachen. Und dann läuft das. So. Labor 3. Äh, 2. Gibt es eigentlich noch Labor 3? Nee, ich glaube nicht. Würde mich... Würde mich wirklich wundern. Forschungsgeschwindigkeit gibt es noch. Die können wir eigentlich auch mal forschen. Plus 50%. Das ist... Ist gut. Ich meine, die sind so schon schnell. Eins, das macht Sinn, wenn man die tauschen würde. Gegen Geschwindigkeit. Ich meine, abgehen die ja schon, ne. Aber... Ich glaube, da zählt doch eher der Verbrauch. Weil diese Fläschchen da doch sehr teuer sind. Vom Produzieren her. So. Können wir wieder 6 bauen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, denke ich. So. Hier scheint es, als würde das Eisen... Nee, es reicht so gerade. Ja gut, das wird sich jetzt eh hochstauen. Hier die ganzen... Äh... Die Tower. Dann passt das. Dann passt das wieder. Ja. So. Okay, hier haben wir die. Eigentlich würde es echt Sinn machen, wenn wir hier überall die Dinger voll klatschen mit Produktivität, ne. Da können wir so den Verbrauch runter treiben. Jetzt... Jetzt rechnen wir mal so ganz stupide, ja. Wir fangen mal einfach bei diesem Produktionsprozess an. Wir machen jetzt die Hälfte brauchen wir nur noch. Wir brauchen nur noch die Hälfte an Material, um den gleichen Wert rauszubekommen. So. Dann bräuchten wir hier nur noch ein Viertel, um denselben Wert rauszubekommen. Das heißt, mit, äh... Ich sag mal nur... Ich mein, klar, wir müssen jetzt nicht nur bei den Fluggestellen, sondern auch hier bei, äh... Fließbändern und den anderen Dingern das machen. Aber theoretisch... ...haben wir das dann somit geviertelt. Ja, den, den, äh... Verbrauch. Hier zum Beispiel können wir das gar nicht machen, weil das fertige Produkte sind. Hier können wir es machen. Theoretisch können wir es hier auch. Aber das sind auch fertige Produkte anscheinend. Ähm... Aber wir könnten das ja in den Vorgänger, äh... Dinger an da machen, ne? Wir lassen die aber erstmal raus hier. Obwohl, hier können wir sie eigentlich drin lassen. Aber hier vorne nehmen wir sie raus. Weil das sind jetzt nicht unsere Maschinen, die, äh, zwangsläufig den meisten Verbrauch haben. Da gibt's... Gibt's, glaub ich, andere. So, jetzt bauen wir mal eben wieder ein paar Labore. Und bauen wieder zehn, so. Jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Das ist schon wichtig. Wenn die Forschung rennt, dann, äh... Dann ist das gut. Oh, hier gibt's Lichtbogenofen 3. Das ist natürlich auch nice. Wir sind natürlich jetzt auch immer schneller fertig. Mhm, 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 mhm. So, zack. Alles weiterforschen. Ich frage mich, ob irgendwann eins von denen hier abkackt. Aber die scheinen echt gut zu laufen, ne? Ich glaub, die Lilan sind so ein bisschen hinterher, aber... Ne, können eigentlich nicht. Die Robichs sind mit Liefern hinterher. So sieht's nämlich aus. So sieht das aus. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das wär's gewesen mit dieser Folge. Ich werde das jetzt noch fertig machen. Und, äh... Ja, dann sehen wir uns in Folge 64 wieder. Und werden mal schauen, womit es dann weitergeht. Mit der Forschung wird es auf jeden Fall weitergehen. Denn das werde ich jetzt durchziehen bis zum Ende. Wir werden jetzt alles wegforschen. Und ich glaube, das wird sehr lange dauern. Aber, ähm, so ist das halt. So, wieder eine Forschung fertig. Und die nächste. Gut, Freunde. Das wär's gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Denn es ist ein, was wir noch nicht in den Kühlsch EXPSE. Vielen Dank.